Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Die nächsten drei Tage drehen wir da für AMC. Wir machen Kochzubehör und Töpfe. Unser Sprinter vollgefuckt mit Technik und die nächsten drei Tage werden nicht zu gute Produktion. Alright, wir haben jetzt die Technik bei unserem Office gepackt, haben alles in den Sprinter geladen und sind hier zu Folge Roddo gefahren, wo wir jetzt im Prinzip den Großteil der Technik abholen. Dolly, ganze Lichttechnik, Schienen, Monitor für die Regie, alles mögliche. Das checken wir jetzt, packen das in den Sprinter und dann geht's auf nach Düsseldorf. Die Stimmung ist top, Alter. Gucken Sie uns jetzt die Location mal an. Wir dürfen leider heute ja noch nicht aufbauen, das wäre eigentlich ganz gut, aber stellen Sie die Sachen ab und dann geht's morgen los, Alter. Batsch! Gut, Mittwochmorgen, die Produktion geht los. Wir bauen jetzt vor. Der Koch ist da, Martin ist da. Das ganze Team kommt jetzt zusammen und die Produktion kann jetzt starten. Let's go! ENDE 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 Man möchte meinen, der Drehtag ist over, aber wir hängen. Laut DISS wollen wir noch anderthalb Stunden. Realistisch werden wir das eher noch dreieinhalb werden. Aber bislang ultra zufrieden, oder? Ja, also rein vom Setting her, das Licht, die Szene aufdecken und alles. Das sieht mega geil aus. Und es ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. So, wir sind jetzt hier im letzten Setup für heute. Gerade eben das Ergometer-Setup mit den Aceras gedreht. Ich denke, das war so, so geil, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Der Tag ist fast durch, zwei, drei Aufnahmen noch und dann ist Feierabend. Mehr als verdient. Wir sind wieder an der Location, es ist Drehtag zwei. Heute wird ein bisschen entspannter, weil wir nur in der Küche drehen. Wir haben heute einen neuen Koch und gleich geht's los. Einmal diese Transition-Fahrt. Ja. Einmal diese Transition-Fahrt. Ja. Das sieht gut aus. Es ist wunderbar. Wir sind hier fertig. Jetzt geht's gleich nicht in den Feierabend, sondern zur nächsten Location für morgen. Da räumen wir mal die Technik rein und dann ist auch gut für heute, morgen letzter Tag. Zwei Tage sind rum, Studio B10, die erste Location ist abgedreht. Wir fahren jetzt rüber in das Loft-Studio und werden da jetzt noch ausladen. Vierte Etage ohne Fahrstuhl, das ganze Zeug muss hoch. Gut, wir sprechen später. Genau, wir sprechen später. Wir freuen uns vor allem jetzt drauf auf die vierte Etage, es wird super. Stopp, stopp, stopp. Ruhm von der Ostseeküste. Boah, also ich muss sagen, mir wird halt immer schlecht, wenn ich hier während der Autofahrt Essen raussuchen muss. Vielleicht langsamer fahren. Freitagmorgen, kurz vor neun. Wir stehen vor der Location, warten noch aufs Team, aufs restliche Team. Dann wird jetzt gleich Technik gebaut, die Darsteller kommen und dann machen wir einen strammen Drehtag hier in einem Loft und dann sind wir fertig mit der Produktion. Heute ist der dritte Drehtag. Wir haben ein bisschen mehr zu tun, sind mehr Leute da und die machen wir alle hübsch. Wir sind beim zweiten Setting, fast fertig. Wir haben unsere Best Ages gerade hier und jetzt kommt gleich nur noch die Familie. Und dann sind wir hoffentlich auch relativ zügig durch. Endlich sind wir mal wieder rausgekommen und mit so einem super Team. Großartig. Dankeschön. Tschüss. It's a fucking rap. Wir haben abgedreht. Es ist gerade noch so ein bisschen gedrückte Stimmung, weil wir jetzt gleich die ganze Sachen wieder nach unten tragen müssen. Das heißt, die Euphorie kommt gleich erst. Aber fürs Erste sind wir durch. Drei Tage sind vorbei. Ziemlich viel nicer Scheißes gedreht worden. Und insgesamt sind wir, glaube ich, durchaus sehr zufrieden, oder? Yes, mega. War richtig geil. Aber ja, gute Tage. Yes sir. Euphorisch gleich. Danke. 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 Macht euch auch immer Radfahren so ruhig. So weitet ihr mal die Warnsagen? Das gucke ich von hier. Ja, so. 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 Yuan. No.